Also ich bin Dieter Salomon, der Oberbürgermeister von Freiburg und will euch motivieren, ein Euro eures Knappengeldes abzugeben für eine gute Sache. Das ist ein Euro für Äthiopien, ein Euro für den Aufbau von Schulen in Äthiopien. Ihr mögt euch über eure Schulen beklagen, aber jede Schule, die ihr habt, ist sehr viel besser, als die Schulen, die es in Äthiopien gibt. Viele Kinder haben gar keinen Zugang zu Schulen und man muss dringend Schulen bauen. Äthiopien ist eines der ärmsten Länder der Welt und wenn jeder von euch ein Euro spendet, dann kann er damit ungefähr das zig Hundertfache damit bewirken, was ein Euro in Deutschland bewirkt. Also ein Euro für Äthiopien ist ganz, ganz viel Geld und ich glaube, das habt ihr übrig. Danke fürs Mitmachen. Das war's mein washed café, das ist ein Euro für Äthiopien möglich.